Heute in den Aktien-News. Crash der Nike-Aktie. Ist das Management in Gefahr? Werfen wir einen Blick auf die Aktien-News der Woche. Und es war einiges los. Es gab historische Bewegungen, kann man so sagen. Wir starten mit der Aktie von Rivian. Dort gab es eigentlich insbesondere eine Nachricht. Und zwar war das die Kooperation mit Volkswagen. Und man sieht das ganz gut im Chartbild. Diese Kooperation ist eigentlich so viel getrieben, dass Volkswagen nicht mehr eigene Software herstellen will. Oder vielleicht nicht eigene Software mehr in diesem Ausmaß herstellen will. Sondern man möchte ein gemeinsames Unternehmen gründen. Und dieses gemeinsame Unternehmen soll dann Software für Rivian, soll Software auch für Volkswagen herstellen und produzieren. Bei Volkswagen ist die Nachricht nicht ganz so gut angekommen. Bei Rivian allerdings doch. Und das sieht man hier plus 30%. Hat sich danach aber dann wieder etwas nach unten korrigiert. Wir sind jetzt hier im Wochenchart. Nichtsdestotrotz ist das mal wieder ein Hoffnungsschimmer vielleicht auch für die Rivian-Aktionäre. Jetzt muss man aber, wenn man aufs große Bild geht, bedenken, ja die Aktien war mal ungefähr das 10-fache Wert. Trotzdem schafft man es scheinbar immer wieder große Aktionäre zu begeistern. Am Anfang war es Amazon. Jetzt ist es eventuell Volkswagen. Also bleibt spannend, was auch bei Rivian passiert. Wir gehen nochmal weiter und schauen uns FedEx an. Denn FedEx ist ja immer wieder eigentlich ein Indikator auch für die Wirtschaftslage. Das ist zumindest das, was man sich oftmals erhofft, wenn es Daten gibt von großen Logistikunternehmen, was den Konsum betrifft. Ja und die FedEx-Sachen, Geschäftszahlen waren eigentlich fast durchweg positiv. Wir hatten Markterwartungen, die geschlagen wurden. Also einen positiven Ausblick, der aufgekommen war und eventuell die Möglichkeit, dass hier auch gewisse Sparten abgespalten werden bei FedEx. Wird weiter spannend. Wir schauen uns das Ganze irgendwann nochmal im Detail an. Wenn wir uns mal kurz anschauen, wo wir uns letzte Woche befunden haben. Da hatten wir hier auf der Unterseite eigentlich diese schöne Form, die sich gebildet hat über die letzten Wochen. und die am Ende gemündet ist in einen deutlichen Ausbruch nach oben. Und da muss man sagen, hier hatte man eher so die 280er Linie im Blick als positiven Überraschungspunkt. Auf der Unterseite waren es so die 230er Linie. Und wenn man jetzt sich das im Chart hier nochmal anschaut, dann sieht man, dass man sogar über die, oder knapp oberhalb der 300er Linie, hier war, 299, 80 ungefähr stehen geblieben ist. Und das ist so das alte Hoch. Also es war fast so oberhalb der höchsten Erwartungen, kann man so sagen, deutlich positives Momentum hier der FedEx-Aktie. Und eigentlich früher so ein Indikator gewesen dafür, dass die Märkte auch angesprungen sind. Die hat diese Nachricht allerdings nicht sonderlich interessiert. Also ein positives Momentum, gerade im E-Commerce-Geschäft oder im Konsumgeschäft, scheint die Märkte aktuell nicht so zu bewegen. Wir schauen nochmal auf Kering. Hier muss man sagen, gab es mal positive Nachrichten, abseits davon, dass natürlich auch Kering etwas Aufschwung mitbekommen hat, durch die Erholung, die wir an den französischen Märkten gesehen haben, wo Kering ja gelistet ist. Allerdings haben wir auch gesehen, dass Bank of America damit rechnet, rechnet, dass wir gegebenenfalls wieder mit der Hauptmarke mehr Umsatz hier erzielen. In dem Fall ist das Gucci. Und Gucci soll dafür sorgen, dass die Aktie wieder an Schwung gewinnt. Das kann man ihr auch dann wirklich nur wünschen, muss man sagen, wenn man hier auf den größeren Chartkaut sieht. Man sieht genau das umgekehrte Bild, was wir gerade eben bei FedEx gesehen haben. Eher in negativer Richtung. Das geht jetzt erstmal wieder umzukehren, auszubrechen. Und dafür muss schon einiges nochmal bei Kering passieren. Aber es ist ein guter Dividendenzahler. Die Dividende wird weiter gezahlt, weiterhin stabil. Also bleibt spannend auch bei Kering. Wir schauen nochmal weiter und gucken auf Covestro. Covestro muss man sagen, ist ja in der letzten Zeit eigentlich wegen einer Thematik öfter im Bilde, öfter im Fokus. Und das sind Übernahmen aus dem arabischen Raum. In dem Falle wurde es jetzt etwas konkreter. Man hat ja die ganze Zeit gehofft, es kommt mal zu dieser Übernahme. Zumindest aus Aktionärs Sicht von Covestro. Vielleicht nur, wenn man noch nicht allzu lange dabei war. Ich schaue nochmal ganz kurz auf den Chart und dann wird das etwas deutlicher, muss man sagen. Denn bei Covestro lief es die letzten Jahre eher in einer Seitwärtsphase. In dem Hoch war es, waren wir mal bei ungefähr 80 Euro unterwegs. Jetzt ist man eher so in dem 50er Umfeld. Man schafft es auch nicht so richtig, hier auszubrechen. Man sieht zwar diese große Vorformation, die potenziell eigentlich positives Momentum auf langfristiger Sicht hier ausüben könnte. Im Kern geht es hier aber weniger um Wirtschaftsdaten, sondern da wirklich um diese Übernahme. Jetzt schaut man in die Bücher. Das heißt, in dem Falle die Abu Dhabi National Oil Company schaut in die Bücher, prüft eine Übernahme. Und ja, 62 Euro ist dann ein Angebot, das man, muss man sagen, gegebenenfalls hier annehmen könnte. Das ist natürlich noch kritisch zu hinterfragen, wie es dann wirklich dazu kommt, wenn man den Kurs sich mal hier anschauen würde. Wäre man schon nahe den Allzeithochs, also auch hier in positivem Momentum. Wo lief es schlechter? Und jetzt haben wir eine ganze Reihe von Unternehmen, bei denen es deutlich, deutlich bergab ging, muss man sagen. Walgreens, Boot Alliance, die US-amerikanische Apothekenkette, muss man sagen, hatte nicht große Erwartungen. Man war negativ dem Unternehmen gegenüber gestimmt. Allerdings haben die Erwartungen trotzdem das Ganze verfehlt. Es gab zwar eine leichte Umsatzsteigerung, aber deutlich einen Rückgang auch bei der Profitabilität. Es gab Schließungen von Filialen, fast 300 Filialen, die gegebenenfalls geschlossen werden müssen, weil sie nicht profitabel sind. Und wir schauen uns das nochmal im Verlauf der letzten Woche an. Und hier muss man an der Stelle sagen, war das Momentum für Walgreens eigentlich schon die ganze Zeit negativ. Wir sehen es hier nochmal am 24.06. Wir haben diese Tiefpunkte hier eingezeichnet. 15 Euro, 13 Euro auf der Unterseite. Und an der Stelle muss man sagen, das Ganze wurde nochmal unterboten. Wir sind jetzt bei 11 Euro gelandet, minus 24 Prozent die Aktie. Und an der Stelle muss man sagen, hat sich das Chartbild eigentlich nicht verändert. Wir sind nur vom Wochen jetzt in den Monatschart gewandelt. Denn um einen ähnlichen Kurs zu finden, müssen wir jetzt in die 1990er Jahre gehen. Da war Walgreens schon mal so wenig wert. Also sehr, sehr negatives Momentum. Hat sich auch auf CWS, also auf die weitere große Kette in den USA, niedergeschlagen. Wir werden das Ganze am Donnerstag einmal genauer analysieren. Ich gehe nochmal zurück. Und wir schauen uns natürlich einmal Nike an. Und auch Lebes in dem Falle. Nike mit deutlichen Zahlen unter den Erwartungen. Umsatzrückgang. Senkung der Prägnose fürs Gesamtjahr. Insbesondere in den großen Geschäften, die in den letzten Jahren gut funktioniert haben, haben wir deutliche Umsatzrückgänge gesehen. Nike hatte den schlechtesten Tag in der Geschichte, minus 20 Prozent. Es war zwar nicht alles schlecht. Es gab auch so ein bisschen positives Momentum an verschiedenen Stellen. Grundsätzlich muss man aber sagen, hat die Aktie deutlich, deutlich nach unten korrigiert. Hier auch nochmal kurz der Rückblick. Die 80er-Linie war unten eher so der negativste Punkt. Oben bis nach 120 theoretisch offen. Und auch diese Linie wurde tatsächlich durchbrochen. Wir sind jetzt hier auf die 76er-Linie. Und das ist ja die Zeit, die wir hierher 2020 oder im Mai 2020 oder davor im Jahr 2019 gesehen haben. Negatives Momentum, muss man sagen. Und ja, da bleibt es weiter spannend, ob man den Turnaround schafft. Man muss sagen, der CEO wird teilweise ein bisschen infrage gestellt. Das Management-Wett ist infrage gestellt. Der Gründer, und wir haben schon mal über ihn gesprochen, stellt sich allerdings weiter hinter das Management. Die Aktionäre sind noch skeptisch. Mal schauen, wie da die weiteren Entwicklungen sind. Und auch bei Levis war es ähnlich. Nur hier ein bisschen umgekehrter. Denn in den letzten Jahren lief es vielleicht nicht ganz so positiv. Aber das Jeans-Geschäft ist ja wieder angesprungen. Und man hatte höhere Erwartungen also auch an die Zahlen von Levis. Die sind allerdings negativ aufgefallen. Und die Aktie hat dann auch 16% verloren. Das war es fast an Zahlen. Gleiches Momentum, muss man sagen, gab es auch bei H&M. Also der Modebranche, nachdem wir ja in verschiedenen kleinen Stellen eigentlich einen Aufschwung in den letzten Monaten gesehen haben, hat jetzt in breiter Masse von den großen Unternehmen nach unten korrigiert. Auch H&M musste Rückschläge zurücknehmen und hat mit steigenden Rohstoffen, mit steigenden Währungsschwankungen zu kämpfen. Hat die Prognosen gesenkt. Und spannend ist das Ganze übrigens auch gewesen bei Airbus. Denn da haben wir ebenfalls die Prognosen gesenkt. Und das, obwohl viele erwartet haben, dass jetzt in Konkurrenz zu Boeing Airbus überproportional profitieren könnte. Allerdings schafft man es selber nicht mehr, Flugzeuge zu produzieren. Und dementsprechend gab es weniger Auslieferungen als geplant. Zuletzt ähnliches bei Air France KLM. Hier muss man aber sagen, ist insbesondere die wirtschaftspolitische Lage auch eine Belastung für den Konzern. Hier minus 12% für diese große Airline-Kombination. Untertitelung des ZDF für funk, 2017